Bei Hansa Artig Help findet heute der Tag der offenen Tür statt. Wir haben die Türen für euch geöffnet, damit ihr sehen könnt, was wir arbeiten, wer wir sind und wie schön es ist, einfach zu helfen und zu schnacken. Wir sind Sabine und Anja, sind seit 2015 dabei und helfen hier bei verschiedenen Projekten. Heute gibt es Kaffee und Kuchen im Café Klatsch und eine Tomola sowie verschiedene Projekte von Nachbarn, die wir euch gerne vorstellen. Mir ist besonders wichtig, dass die Leute uns kennenlernen, sehen, wie wir arbeiten, mit uns schnacken und uns vielleicht auch unterstützen, damit wir weiter zu viel machen können, wie wir es bisher gelegt haben. Hansa Artig Help kann man unterstützen, indem man einfach dabei kommt, seine Zeit spendet oder Kleidung spendet, Ideen hat, kann es helfen, soziale Projekte voranzutreiben, Geld spenden und kannst einfach machen.